... den Titel anders, du weißt ja was ich meine bestimmt. Die schreiben halt Minecraft 1.7 dann noch drauf. Ohne zu wissen, ob das überhaupt funktioniert oder so. Deswegen lasse ich das auch immer. Ich schreib nicht mal für welche Versuchung das ist oder so. Und ja, wenn mich dann jemand fragt, ob das bei dieser funktioniert, dann sag ich das einfach. Okay. Nee, die Tür nehme ich hier lieber raus. Ist nicht so gut. Okay, was mache ich jetzt? Das kann ich dir nicht sagen, was du machen sollst. Alter, hier hängen immer die Lianen nach unten. Ich mache mir erstmal ein Rüstungsoberteil. Ah, ich habe eine Idee. Ja. Excellent. Muss ich mal gucken. So. Okay, das ganze Gold werde ich nicht verstanden. Wir haben Gold? Wusste ich gar nicht. Einiges. Wollte ich eigentlich eine schicke Goldrüstung jetzt machen. Kannst du doch machen. Ja. Gold ist nicht so. Ist selten. Ja. Ich gehe, glaube ich, ins Meter. Kannst du ja machen. Das finde ich ja richtig geil, dass wir da gleich in einer Festung gelandet sind. Äh, wie soll ich hier nach oben kommen? Noch mal hochbohren. Hochbohren. Ja. Wir haben uns hier schon so oft hochgebaut. Ja, du, ich bin... Ja, ja, du, es kommt gleich noch nach unten. Keine Sorge. Ich bin noch dabei, den Minenschacht schön zu machen, schick zu machen mit Wegen überall hin. Okay. Ich gehe trotzdem hinten. Ne, Tom. Ja, kannst ja machen. Soll ich denn ein paar Lava-Eimer mitbringen? Da brauche ich aber noch MV und LV-Transformers und so, weißt du? Wieso? Und Tesseracts. Was? Und Tesseracts? Und Pumpen. Das ist von Feat the Beast. Ach so. Beziehungsweise ist es eigentlich nicht von Feat the Beast, das ist einfach von einem Mod und der ist halt bei Feat the Beast dran. Oh, ich hab... Nein, nein, nein. Was? Wither Skelett. Ah, haha. Und ich hab, ähm, Dingens da, äh, Netawarzen gefunden. Ah, okay. Wollte ich ja schon immer. Und was macht man mit denen? Tränke. Ah, okay. Dann müssen wir uns noch eine Braustation hinbauen. Hab ich schon, zwei. Ah, okay. Sag mal kurz die Zeit durch. Äh, wir sind... Warte, warte, warte. Äh, äh, ich bewege mich erstmal ein bisschen da, da weg, denn... Es sind zu viele Monster. 45 Minuten. Wir sind bei dem Ende der dritten Folge ungefähr. Ah, okay. Nein, ich komm nicht ran. Mäh. Ah, halt, ich hab ne Idee. So. Jetzt komm ich ran. Jawoll. Gibt's irgendwas gewisses im Netawarzen noch? Ja, Close. Bei Farnby gibt's einfach zu viel, deswegen. Ich weiß jetzt nicht, was im Vanilla ist. Äh, ne. Close Stone. Das haben wir noch nicht, oder? Ne. Hier ist ein Wither. Äh, Wither, ähm. Gar, äh, äh. Wie heißen? Loren. 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 Glowstone. Wo soll ich das denn gehen? Ah, hier ist ein Net... Äh, Neta Quartz. Hast du euch auch mal? Mhm. Die Textur hat sich halt gar nicht geändert bei Coop. Ich hab die 1.7 Textur drin, ne? Mhm. Auch mit 1.6. Aber... Hä? Ich hör Slimes grad. Ah, das ist bestimmt ein Magma-Schleim oder so. Vermutlich. Kriegt man dann von denen dann auch Slime-Balls? Also Macher-Slime-Balls? Ich will das gar nicht. Ich glaub Magma-Slime-Balls bekommt man. Mhm. Oh, hier ist der Spawner. Oh, hier bin ich oft gestorben. Ah, da ist er. Ah, der war aber klein. Mhm. Mhm. Nee, ich mach vielleicht... Ah, da ist noch einer. ...demnächst auch, äh... Bucket ist ja schon auf 1.7.2. Ja. Dass ich dann vielleicht demnächst auch einen Bucket-Server aufsetze. Hm. Dass wir das dann auch mit ein paar Plugins spielen können. Wann mal schauen. Ah, ich hab nix mehr zu essen, nein! Ist ja mein längstes Projekt. Was? Das längste. Die anderen, die am Anfang angefangen wurden, sind schon alle beendet. Hm. Das ist das einzige. Äh, du hattest doch sovorn so viel Weizen. Hattest du dir da bisschen Brot gemacht? Ja. Weil mein, mein, mein Essen ist alle. Oh. So. Jetzt passt es gerade aber nicht. Ich bin Glowstorm-Farm. Ach so. Äh... Und Wasser funktioniert im Neta nicht. Denk immer dran. Hm. Ich wollte mich mal mit Wasser retten im Neta. Dann ist das Wasser, äh... Ähm... Dings... Ähm... Weißt du das? Verdünst. Ich weiß nicht. Mhm. Gedünst. Okay, ich glaub ich kann das überleben hier aus dieser Höhe, wenn ich es unterspringe. Aber ich probier's nicht aus. Hier ist dieser. So, mal ein bisschen... Okay, da ist Glowstorm. Einiges. Aber... Das Portal. Wie soll ich, wie soll ich das Portal jetzt erreichen? Äh... Ich nehm mir in Neta immer, äh... genug Koppel mit. Ne, ich weiß jetzt nicht, wo genau das Portal war. Ach so. Uh. Das sieht natürlich schlecht aus. Also das ist nicht so gut. Okay. Der Neta ist irgendwie viereckig. Wieso viereckig? Wieso viereckig? Das Vierecken. Ich weiß gar nicht, ob der Neta auch so unendlich ist, sozusagen, wie... Minecraft ist nicht mal unendlich. Nein, nein, ich weiß, es gibt ein Ende. Ja, das ist bei... ich weiß auch nicht, wieviel ein Bild. Ja, ja. Ah, da ist das Glowstorm. Okay, ich hole jetzt Glowstorm. Dann haben wir zum ersten Mal Glowstorm gefangen. Hm. Willkommen. Ich bin eigentlich immer der Typ, der beim Neta direkt stirbt oder so. Echt? Aber hier gibt's halt nicht solche verrückten Monster wie bei einem anderen da. Hm. Da gibt's sogar Kühe im Neta. Die sind halt voll verdreht aus. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber die Festung ist schon geil. Und die sieht von hier oben auch richtig geil aus. Ich weiß ja grad nicht, wo du bist. Ja. Na, werde ich ja dann in deinem Video sehen. Ah, ja. Laber nicht. Ach, ab und zu guck ich mir schon mal an. Ab und zu einmal im Jahr. Ne, ne, ne. Schon mindestens ein oder zweimal die Woche. Ah. So, jetzt kann ich nicht mal mehr reden. Ich guck mir vielleicht nicht Videos an, aber ich guck was mit deinen Abonnenten und so los ist. Aha. Und du hast ja schon eine halbe Tausend jetzt. Naja, fast 500. Und ich hab keine Ahnung, was ich als 500er Special machen soll. Ähm. Ähm. Ich hab da nie so Ahnung, was ich immer als Special machen soll. Das war... Ich vermute mal auch, dass 500er for Story... Äh, ich hab da irgendwie nichts... Ich hab zwar riesen Arbeit drin gemacht. Das gibt in... Es sind insgesamt fünf Folgen aus 500er Special. Aber... Verrate ich jetzt natürlich noch nicht. Oder? Doch, die Folge wird ja jetzt später kommen als... Das 500er Special von for Story. Kann ich's ruhig verraten. Okay. Ja, ich bin jetzt bei 492. Und zwar... Wir sind in der Vergangenheit. Genau. Das 500 Special ist ja schon rausgekommen. Deswegen kann ich's verraten. Hm. Also dir auch verraten. Und zwar hab ich alle 500 Folgen, die ich nahm... Also immer jeweils 100 Folgen genommen. Ja. Deswegen fünf Folgen. Hab die zusammengeschnitten im Schnelldurchlauf und hab dann dazu kommentiert. Halt. So als Review, was alles passiert ist in der Zeit. Na, das war Arbeit, sag ich dir. Ich hab noch mehr... Äh, äh... Nita... Äh... Warzen... Also das war richtig viel Arbeit. Kann ich mir denken. Meins ist ja auch grad voll viel Arbeit, das ich mache. Aber weil mir absolut nix einfiel, was ich als Special machen kann, hab ich gedacht... Ach, mach's den Rückblick. War eigentlich wollte ich den... Ich hatte ja schon mal ein Special gemacht, im Prinzip ein Jahr vor Story. Mhm. Und da wollte ich das eigentlich machen, da hab... Das hab ich zeitlich nicht geschafft. Ja. Ja. Aber ich hab mich das... Das halt mit dem... Rückblick und so weiter... Das hab ich jetzt über Silvester und Neujahr gemacht. Haha. Das hab ich auch mal gemacht. Als ich ne Pause hatte. Ich glaub... Es gab auch damals ne Pause von Let's Build Together gleichzeitig. Als ich Prüfungen... Hast du auch mal ne Pause gemacht? Ja. Als ich Prüfungen hatte. Mhm. Aber ich hab dann trotzdem nicht die ganze Zeit gelesen. Ich hab auch diesen Trailer dann gemacht. Und der war auch nicht grad leicht. Mhm. Aber das, das ich grad mache, das ist draußen mal schwerer. Mhm. Na, ich hatte... Ich wollte mich eigentlich immer mal in... Oh Gott, wie hessen? Dieses eine Animationsprogramm... Da einarbeiten. Cinema 4D? Genau. Weil ich halt mal auch einen Trailer erstellen wollte. Ein Kumpel von mir hat jetzt auch da mitten einen Trailer erstellt. Mit Cinema 4D? Oder keine Ahnung. Mit irgend so... Oder war es Splendor oder irgend so was? Hä? Wie soll man da mit nen Trailer machen? Nein, so so ne... 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 Ne Animation im Prinzip dir. Ah. Ne komplette Animation gemacht. Ich hab das Portal gefunden. Aufs Glück. Na endlich. Wie viele Minuten war ich jetzt im Nähtan? Weiß ich nicht. Aber ich brauch dringend was zu essen. Meine... Hungerleiste, die ist... Ja, ich komme. Oh. Kritisch weit unten. Nein, 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 nein. Was? Alter! Nein! Das Wurderskelett ist mitgekommen. Können die mitkommen? Ja. Durchs Portal. Nein. Hast du es getötet? Nein. Wo ist denn das? Ist das noch hier unten mit drinne? Ja. Nein. Ich hab dich gehauen. Nein. Vom Skelett. Du hast aber nichts verloren. Ah, das hab ich auch vergessen, dass wir das... Hm. Ich hab Kohle bekommen. Vom Skelett. Okay, komm. Gib dir mal ein bisschen Brot. Ah, danke. Ich hab dir fast alles gegeben. Ah, danke. Ja, guck mal, was ich hab. Hm. Hm. Close to the dust. Super. Huh. So, ich glaube, dann ist auch die Folge bald zu Ende. Kann das sein? Ja. Kann sein. Muss es aber nicht. Ne, ne, muss nicht. Okay. Ja, wir haben zwei Brauchstände. Aber ich will jetzt nicht brauen. Was? Wenn wir dann bei der nächsten Session machen, brauen. Was brauen? Achso, brauen. Ah, ja. Ich braue. Ich brauche Wasser. Nein. Ich brenne. Ich hab mich selbst verbrannt. Nein. So. Das sind so wirklich die Klassiker. Selbst verbrannt. So, na dann würde ich sagen. Ja, warte. Wir könnten eigentlich noch ein bisschen weitermachen, aber gar nicht. Ja, dann war's das, Leute. Achso. Oder wie ist es von der Zeit her? 55 Minuten. Das passt. Das passt. Mit Intro, Outro, Pre-Intro, Pre-Outro, Nach-Outro. Und ich weiß auch nicht noch, was da reinkommt. Bei mir passt das schon. Okay. Na super, also dann. Und du hast irgendwie einen Schatten unter dir. Ich hab einen Schatten unter mir? Ja. Das siehste mal. Wahrscheinlich meinen Heiligenschein. Ja, der ist einfach von unten. Genau. Ich lehne mich. Du verbeugst dich vor mir. Ja. So, du kriegst noch einen Schlag. Aua! Ich bin böse. Hm. So. Knochen erschlagen. Was mit dem Knochen erschlagen? Lagerfeuer. Yeah. Okay. Knüppelgruchen. Damit wir nicht weitermachen. Mit der Scheiße. Wir sehen uns dann bei der nächsten Session. Wenn es wieder heißt. Let's ball together. Let's fail together. Let's ball together. Let's ball together. Let's fall together. Okay. Na dann. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020